Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays! Und heute spielen wir weiter Mad Max. Und in der letzten Folge sind wir Hirschstein geblieben. Bei Minen sammeln. Und jetzt suchen wir weiter noch 2 Minen. Ich denke die. Der zeigt hier nach rechts. Das muss irgendwo hier sein. Komm, denke die. Wo ist das? Okay, sehr gut. Da habe ich eine. So. Nicht so nah herankommen. Wie in der letzten Folge. Einmal explodiert. Zerstört 5 Minen. Okay, Landminen. Perfekt. Haben wir zerstört 5 Landminen. So, jetzt noch weiter. Wo ist noch einer? Ich muss den Linki vertrauen. Ja, richtig. Da vorne ist die. Sehr schön. Perfekt. Sehr gut. Geile Sache. So. Wo ist die nächste? Hier sind die nächsten. Jetzt fahren wir mal da hin. Das ist nicht so weit. Das ist einfach eigentlich Aufgabe. Es geht ruck, zuck. Muss nur mit dieser Jumps Buggy hinfahren. Mit dem KD. Und dann einfach auf dem KD hören. Und gucken was er macht. Ja, der hat was gerochen. Okay, perfekt. Zeig es mir. So. Das war jetzt knappe Sache. So. Jetzt noch 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 1. 4. 2. 2. 3. 1. 1. Jetzt will es nicht explodieren. Sehr gut, noch eine. Wollang ging die? Zeig es mir. Zeig es mir, wo die heißen Sachen sind. Jawohl, perfekt. Gefunden. Jetzt bloß nicht explodieren. So, jawohl, gefunden. Noch ein Gebiet freigemacht von mir. So, jetzt hier die nächste. Schade, dass ich bei diesen Jumps und Bagie keine Nitro habe. Oh, Gegner. Oh, nein. Oh, nein. Nicht gut. Das ist nicht gut. Ich guck mal, ob die auch steigen. Jawohl. Komm, steig aus. Stopp. Schneller. Ja, mich triffst du eh nicht. Jawohl. Aus... Ausgewischt. Komm. Zack. Ich guck mal weg. Du kannst wegpacken. Ich guck mal weg. Ich guck mal weg. Ach, Scheiße. Ja, ich guck mal weg. Perfekt! Komm, hör auf ey! Irgendwann hast du keinen Bock mehr! Komm! Wie lange dauert das noch? Hallo Kollege! Willst du nicht aufsteigen? Anscheinend doch nicht! Ja, so geht nicht kaputt! Komm, steh auf! Steig raus! Komm, steig raus! Warum? Oh, jetzt kommt er! Der Panzerung Stufe 2 schafft das nicht! Mit diesem Buggy! Dann muss man irgendwann mal aussteigen! Komm, steig raus! Komm, steig raus! Komm! Komm, such den Mann zu schüttern! Aber ich glaube, der G.S. geht eh nicht! Ja, der Bug. Da mach ich mich eh kaputt! An der sich! Was für ein schlechter Zeitpunkt. Ich probiere mal eben kaputt zu machen, so, mit meiner Magie. Was für ein schlechter Zeitpunkt. Komm, geh kaputt. Jetzt wahrscheinlich hat er kein Glück mehr. Ja, komm. Komm fest auf mich. Jawohl, vielleicht geht er kaputt. Ist nicht mehr so viel. Jetzt hat er Schiss bekommen. Jetzt haut er ab. Was für ein Arschloch, ey. So viel Zeit vergoldet mit ihm. So. So, Dinky, die zeigt mir, wo die Mieten sind. Okay, da vorne. Hier ist die erste. Aufpassen. Nicht explodieren. Sehr gut. So, noch zwei Stück. Ups. Wo ist Buggy? Hier ist Buggy. Perfekt. Perfekt. Da vorne ist Heimel. Entschaffen. Perfekt. So, jetzt noch noch einer. So, jetzt mal Frisches, und da vorne ist die, perfekt. Sehr schön, frei von Bedrohungen, perfekt, so dieses Gebiet ist frei von Bedrohungen, perfekt, jetzt müssen wir nur noch zwei Minen sammeln, also zwei Stellen, wo die Minen sind, und dann können wir weiter zur Hauptstory gehen, hier, das ist diese Gutgarsch, und da müssen wir hin. So, ich fahr mal jetzt zum nächsten Minenfeld, zum nächsten Minenfeld, und dann gucken wir mal weiter, wie viel Minen, also wie viel Minen habe ich da, äh, Gegner, ich lasse ihn stehen, weil das kein Buggy ist, das Dinky-D Buggy, ja, der Dinky-D hat schon was gerocht, dann muss es nicht, ah, der verfolgt mich jetzt, ich hab keinen Bock mehr, ich fahr jetzt, doch nicht, warum verfolgen die mich? Ja, die, bestimmt, die sehen, dass so ein billiger Buggy, jawohl, ich mach mich nun selbst kaputt, oh, nee, Freund, du hast keine Chance, doch nur verhol mich, doch nur verhol mich, so schnell geht das, wenn das Stufe 1 ist, und der hat keine Panzerung, dann ist es einfach so, kannst du einfach drauf schießen, und dann geht es kaputt. So, liebe Freunde, ich mach mal hier Pause, und wir sehen uns nächstes Mal, tschüss!